hallo ihr lieben heute ist eine leinwand dran eine kleine ich hätte sie gerne noch ein mini bisschen kleiner genommen aber ich hatte keine mehr also habe ich jetzt diese genommen und ich versuche jetzt ein DIY von einer anderen youtuberin nachzumachen von der Kali Cassie falls ihr die kennt und sie hat die auch schon bei Instagram gepostet das Bild und ich dachte mir das will ich ausprobieren ist das wirklich so easy wie wie sie sagt oder ist das nur für weniger grobmotorische wie mich ich kann ja nicht wirklich mal muss ich dazu sagen da glaube ich habe ich schon mehrmals gesagt und ich versuche immer so Techniken zu machen wo man tatsache nicht malen muss sondern wo die Effekte überraschend sind und kommen und diesmal das ist ein indirektes malen also ich würde es jetzt auch noch nicht extrem als malen jetzt betiteln aber ich habe jetzt erst mal die leinwand schwarz gemacht klar kann man auch gleich eine normale schwarze nehmen aber der hintergrund ist ich nehme mir zum washi tape und klebe dort bestimmte stellen ab und gehe danach aber auch noch mal mit schwarz drüber das hat den hintergrund damit dann die anderen bunten farben die ich nutze eben nicht unter dieses washi tape kommen so mal ist einfach noch mal komplett schwarz und dadurch sichere ich mich so ein stück weiter ab dass da dann das ganze eben halt nicht unter dieses washi tape läuft macht sinn auf jedenfalls machen auch viele maler gerade wenn sie bestimmte sachen machen dass sie halt dann bestimmte stellen noch mal mit der grundfarbe noch mal überstreichen und genau das ganze soll wie so ein fenster ein haus sein ich habe beim ganz schluss habe ich vergessen euch mitzunehmen aber das erzähle ich euch dann gleich noch mal und genau also dementsprechend ich habe gott sei dank ein schmales washi tape auch gefunden ich glaube ich würde manche sachen jetzt rückwirkend noch ein bisschen anders machen was aber auch okay ist für mein erstes mal ich werde es bestimmt auch noch mal öfter machen weiß ergebnis eigentlich wirklich schön finde und dementsprechend ist es für mich eine schöne variante da einfach mal sich ein bisschen auf einer anderen ebene noch mal auszuleben und genau dieses dünne washi tape man kann natürlich auch ein bisschen dickeres nehmen dann sind die fenster ein bisschen die fenster rahmen sei nenne ich sie jetzt mal ein bisschen dicker aber wie gesagt das ist jetzt auch vollkommen okay ich glaube ich habe mich bei kaum einem die aber so oft die hände waschen müssen weil ich ständig irgendwie so viel farbe an meinen händen hatte also wer das nicht möchte also so viel farbe annehmen nimmt handschuhe aber ich glaube mit handschuhe mag ist halt auch nicht wirklich malen aber wie gesagt muss ich vielleicht mal schauen ich vielleicht muss ich einfach mal ausprobieren ja also dementsprechend hier wäre ich jetzt hier nutze ich jetzt einfach das schwarz noch mal und genau während ich das mache vielleicht so ein bisschen was zu meinem kanal ich lade ja nicht nur die weiß hoch sondern ich lade ja auch musik hoch und unterschiedliche art und weise mit unterschiedlichen bands ich gehe ganz gerne mal abends mal weg zur live musik und freue mich da einfach auch sehr drüber und ja und dementsprechend lade ich eben teil der weiß auf dem sonntag gegen 12 los hoch und dann eben noch mal um 16 uhr kommt noch mal musik musik ist immer ganz unterschiedlich mal eben ein komplettes konzert weil das dann weil ich irgendwie was ich nicht am freitag oder samstag weg gewesen bin und das dann hochlade oder halt eben die einzelnen nieder weil nicht jeder möchte komplette konzerte hören und oder sehen und dementsprechend habe ich mir jetzt immer angewöhnt dass ich dann im zweifel wenn ich kein komplettes konzert hochladet dann eben ein lied von den einzelnen konzerten hochladen und das ist immer sehr vielfältig je nachdem wonach mir dann ist ja hier jetzt erstmal zum die ja weil ich habe mich also es soll ja so eine art nordlicht darstellen und habe mich also für blau so eine art grün hellblau unterschiedlichen schattierung entschieden und ich finde alleine schon dass so eine farbverläufe haben schon auch immer was total inspirierendes und was ganz entspanntes und ich habe es versucht wirklich so an den ecken wo es wo man ja denkt da ist es dunkler das heißt oben mehr am himmel ist es halt dunkler unten in der ecke ist es mehr dunkler und 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 ne also dementsprechend da kann man sich aber auch austoben so wie man das bild für sich so ein bisschen im kopf hat so habe ich dann eben auch versucht diese ganzen farbübergänge die schattierung dort mit reinzubringen was ich halt unglaublich schön finde ich finde ja nordlicht da generell sehr schön ich war zwar selbst noch nicht da wird es aber gerne sehen und dadurch vielleicht wird irgendwann mal aber ist glaube ich auch immer glückssache weil ich glaube nicht jeder der dort in den nord in den urlaub fährt dann eben auch diese nordlicht da sieht was natürlich schade ist wenn man schon mal hoch fährt möchte man das natürlich auch gerne sehen ja als nächstes habe ich dann damit halt auch schön wirkt das ganze mit weiß mit so einem sprengeln weiß ich habe mich ein bisschen dusselig angestellt ich habe es auch nicht rausgeschnitten damit ihr seht wie man es am besten nicht macht ich habe jetzt woanders noch eine andere taktik gesehen die ich glaube ich ganz gut finde nämlich dass man einfach auf dem pinsel wo man dieses weiße drauf hat einfach mit einem anderen pinsel zum beispiel um drauf klopft damit die dann so runter sprengeln bei mir war glaube ich einfach auch das problem ich hatte zu viel auf dem pinsel dadurch hat es eben so gekleckst ich habe es aber korrigieren kriege korrigieren können also dementsprechend wie gesagt ich wollte euch jetzt nicht wegnehmen ihr sollt auch sehen dinge können schief gehen dinge können auch mal nicht so schön aussehen ich habe euch auch schon die dabei ist gezeigt die nicht ganz so schön aussehen wo ich es halt jetzt anders machen würde ich finde es immer wichtig nichts ist so friede freude eierkuchen und alles funktioniert immer gleich und dementsprechend zeige ich euch die sachen eben auch was nicht so schön geworden ist und wie gesagt wie es auch vielleicht in zukunft anders machen würde versuche euch dann zum beispiel auch bei einem nächsten video dann eben auch mitzunehmen und euch zu zeigen dass beim nächsten mal das hoffentlich dann natürlich besser wird und das ist einfach so diese dieses zeigen wie kann man dinge ausprobieren ich probiere ja unglaublich viele techniken auch aus viele unterschiedliche diaries weil ich es einfach so so schön finde was für möglichkeiten das einfach auch gibt und traut euch da unbedingt dran ich finde es immer total faszinierend es gibt natürlich techniken die nutze ich unglaublich oft ich wie acrylic pouring oder das epoxidharz sind für mich techniken die ich unglaublich gerne und viel nutze und aber das jetzt zum beispiel würde ich glaube ich auch noch mal nutzen auch in anderen art und weisen es gibt glaube ich auch ganz viele formen die man dafür nutzen kann ich weiß die youtuberin wo ich es jetzt her habe die kalikesi die hat zum beispiel auch mit dem diamanten gemacht ich verlinke euch den kanal auf jeden fall auch unten drunter damit ihr einfach schauen könnt ich will die kredits da einfach auch geben weil ich habe es von ihr gesehen ich glaube sie hat von woanders her gehabt und aber das ist auch okay wie gesagt ich habe es von ihr also gebe hier die kredits dann auch und ich fand es halt total faszinierend weil es für mich jetzt einfach ein schönes bild dann auch geworden ist falls ihr übrigens die bilder oder überhaupt alles irgendwie mal nachmachen wollt oder irgendwie ähnliches ihr dürft mir gerne ich bin auf instagram und auf facebook unterwegs ich bin auch auf tik tok davon abgesehen aber instagram eben annett unterstrich wichmann könnt ihr gerne mir schicken ich freue mich sehr drüber wenn ihr mir die dinge zeigt wo ihr mich verlinkt oder ähnliches ihr dürft mir natürlich auch folgen aber ich bin da kein ich bin da nicht so wirklich aktiv ich muss dazu sagen ich habe einen vollzeitjob ich kann bestimmte sachen deswegen ein video in der woche bekomme ich hin zumindest aktuell das wird bestimmt auch mal vielleicht was ausfallen aber aktuell bin ich eben auch nicht so oft jetzt immer zum basteln gekommen ich habe zwar immer noch so eine art konserven wo ich halt dann drauf zugreifen kann aber wie gesagt ist es halt für mich halt irgendwie ein wunderschönes hobby was ich mir durch corona so ein stück weit einfach angeeignet habe das film von die aber ist vom basteln man musste sich ja so ein bisschen beschäftigen weil man nicht so viel raus konnte und ja hier bei dem bild ich hatte jetzt dann noch mal geschaut gab wie die cali kessi das gemacht hat ich bin wie gesagt ich kann nicht groß malen deswegen habe ich geschaut wie hat sie jetzt die bäume gemacht und genau dementsprechend habe ich dann diese so ungefähr so ähnlich auch gemacht habe es versucht so ein bisschen zu verteilen das ganze ist relativ einfach jetzt gewesen also dementsprechend könnt ihr da habt ihr da glaube ich vielleicht sogar noch viel viel mehr talent als ich habe geschaut wie viele bäume sind da jetzt am besten wie hoch muss ich sie machen sind sie unterschiedlich hoch also da ist immer alles blickwinkel aber ich fand die art wie man diese bäume jetzt gemacht hat weil man braucht da ja weil die ja schwarz sind auch nicht so viel details also traut euch da ruhig ran das ist kein hexenwerk und ich finde für mein erstes mal finde ich meine bäume ganz hübsch also versucht es auch gerne mal und wie gesagt ich würde mich freuen wenn ihr mir eure ergebnisse zeigt wenn ihr es gerne mal ausprobieren möchtet und und ansonsten natürlich gerne ein abo da lassen ich freue mich sehr drüber ich freue mich über kommentare ich freue mich über hinweise ich habe es letztes mal glaube ich auch schon erzählt ich habe einen unglaublich lieben kommentar bekommen zu meinem steine bemalen wo ich hinweise bekommen habe was ich vielleicht noch anders machen könnte oder welche basis zum beispiel noch besser ist und oder es gab den wunsch dass ich mal was ausprobieren soll wie gesagt ich glaube du weißt dass du gemeint bist ich bin dran ich bin dran ich muss schauen wie es am besten mache wie es am günstigsten umzusetzen ist und ich habe dich aber nicht vergessen und genau also schreibt mir gerne ich freue mich immer sehr drüber wenn da einfach ein wunderschöner austausch entstehen kann ich bin noch nicht ich bin kein großer youtuber ich freue mich aber über jeden der kommt der mir einen daumen nach oben da lässt oder eben das abo oder ein kommentar oder so ich danke euch in jedem fall von herzen und freue mich immer sehr drüber so jetzt zeige ich euch gleich noch die ergebnisse ich nehme nämlich gleich das washi tape ab ich habe es ein bisschen antrocknen lassen ich habe es aber nicht komplett trocknen lassen mir hat nämlich mal jemand gesagt dass das am besten also maler dass man es nicht komplett antrocknen lassen soll damit halt das ganze wie es wie sage ich es damit es nicht absplittert wenn man dann das washi tape abnimmt oder generell oder krepp band oder wie auch immer da also habe ich mich jetzt dann wie gesagt dazu entschieden das ganze nur halb antrocknen zu lassen und das ganze dann runter zu nehmen ich wollte euch erst so die die asmr töne zur verfügung stellen aber irgendwie habe ich mich ein bisschen doof angestellt ich glaube ich hätte es ein bisschen anders abmachen sollen aber ich finde es trotzdem schon mega schön wenn man das so abmacht alleine dafür hat sich das bild schon gelohnt und es geht auch relativ einfach ab also das washi tape ist halt wirklich eine wunderschöne art das ganze abzukleben ich musste ein zwei ecken weil da irgendwie das schwarz noch mal abgegangen ist noch mal nachmalen und ich habe ja wie sagt man es ein blickwinkel fehler glaube ich gehabt ich habe ja oben die ecken das soll ja ein haus sein und die ecken habe ich nicht nicht abgeklebt das heißt die hätten schwarz sein müssen ich habe es im nachhinein korrigiert das heißt ich habe es jetzt auch dann im titelbild ist es zu sehen und ja also wie gesagt die ecken habe ich noch im nachträglich schwarz gemacht einfach falls für mich als ich mir das so anguckte dachte ich boah was hast du da gemacht und ist nicht richtig passt nicht vom blickwinkel her ähm und dementsprechend also da drauf achten dass der blickwinkel auch passt und ich habe wie gesagt das ganze die ecken nochmal schwarz gemacht aber den rest habe ich so gelassen ich glaube das nächste mal würde ich an manchen stellen ein dickeres washi tape nehmen weil das glaube ich dann noch mehr passt und und aber ansonsten es hat immer sehr schnell getrocknet ich habe es zum teil mit dem fön nochmal nach trocknen lassen damit es einfach schneller geht weil ich bin ja nicht so geduldig und wollte gerne ganz ganz schnell gerne weitermachen und habe weil ich einfach so bock hatte und ja also dementsprechend ich hoffe euch gefällt das äh diy auch und wollt das gerne ausprobieren vielleicht habt ihr auch noch andere ideen mit anderen formen oder ähnlichen äh schreibt es mir auch gerne mal rein ich würde es nämlich gerne öfter und nochmal ausprobieren und ja und hier seht ihr jetzt das Ergebnis und ich wünsche euch schon mal einen wunderschönen Sonntag ich hoffe ihr hattet spaß und ich hoffe ihr seid nächste woche wieder mit dabei und bis bald tschüss 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 tschüss